ja servus hallo ja da kommt das versprochene video wir wollen jetzt vergleichen wie klingt der 280er wie klingt der 290er wie klingt der 300er im serienzustand alle drei modelle haben keine downpipe drin keine abgasanlage wir wollen jetzt mal feststellen was hat sich so getan in die jeweiligen baureihen also viel spaß beim video ja 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 Das war's. 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 Das war's.